Gibt es denn heute Abend für alle zum angucken? Die haben übrigens auch mal so angefangen. Ja, ich wollte es gerade sagen, die machen sich über uns lustig und selbst mal auf den Jetzt könnt ihr euch über uns lustig machen. Ja los, andersrum. Na, die üben. Die üben auch was. Falscher Fuß vorn fahren sollen sie üben. Warum? Warum macht man sowas? Damit du dich drehen kannst später. Ja. 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 Ja.